das heißt guten morgen freunde wie geht es euch ich dachte ich gebe euch so ein bisschen hilfeleistung weil manche können sich so eine schulung nicht leisten oder haben auch die zeit nicht dafür ich in deutschland habe für meine kittys wegen englisch immer so eine lernbox da blende ich euch jetzt unten mal das bild ein ja so eine lernbox benutzt die sechs fächer hat und ich habe mir jetzt weil wir haben das per du nirgendwo in der land ja gefunden wir sind sämtliche schreibwarengeschäfte ab wir haben dann so die nach vier karton papier gefunden bzw der liebe adlern und ich habe mir dann provisorisch selber eine gebaut ja da hänge ich euch die bilder auch noch hinten dran also ich habe jetzt alles in dem ersten fach schaut euch mal in youtube an wie man damit lernt weil es ist so bekommt man das im langzeitgedächtnis rein ja erstes fach wenn man das wort nicht kann bleibt es im ersten fach wenn man es jetzt abgeht zum beispiel da steht güneiden und ihr wisst guten morgen guten morgen ja na klar ich fange schon mit dem üs an dann kommt das im zweiten kasten und das wird dann aber erst am wochenende gemacht ja wisst ihr ist dann immer noch dann kommt es in den dritten kasten dann wird es erst nach zwei wochen gemacht also ich fand diesen lernkasten für die kids richtig toll also so haben die die englisch vokabeln damals gelernt und weil ja ich meine man hat schon alle es ist schwer zu lernen aber es macht mir unwahrscheinlich viel spaß und ich habe mir das am anfang wirklich ungelogen 50 60 mal aufgeschrieben besonders die die monate ja und bis ich es drin hatte das heißt aber ich muss es dann immer wieder und das ist ja das ist nicht ein ding der möglichkeit dass ich dann nach hause komme schnell was esse und dann bis abends um zehn da die ganzen dinge aufschreibe weil die unit 1 alleine hat schon 300 vokabeln und das habe ich mir die finger wund und dann habe ich gesagt was und dann haben wir uns auf die suche gemacht und nirgendswo wir haben jetzt karteikarten gefunden im internet die sollten so gut wie gestern geliefert werden dann stand gestern die werden in zwei tagen geliefert heute steht drauf ach die kommen jetzt erst am 8 20 bin ja froh dass der adnan so dina 4 dinger da gefunden hat hier in machmudler weil da hatten wir auch gar nicht nachgeschaut ja die sind ein bisschen härter wie karton macht euch die arbeit wenn ihr lust dazu habt schneidet es ihr könnt einfach so eine leere box nehmen oder so ja zum beispiel von sali pasari eine box dann schneidet euch die papiere dafür zurecht ich jetzt damit das habe ich damals bei den kindern auch gemacht ich jetzt für mich habe es mit bleistift also ich zeige euch das mal wartet mal zum beispiel hier steht finca drauf und hinten steht dann tasse drauf ihr müsst das mit dem türkischen nach vorne und dann ihr dürft euch halt nicht selber beschummeln und dann holt ihr es raus finca dann überlegt ihr tasse und dann schreibt ihr das auch auf dem blog immer wieder auf ja also auch das türkische damit wirklich auch die schrift rein kommt die monate die zahlen die tage finde ich jetzt persönlich sehr wichtig weil dann könnt ihr schon mal zwei bestellen ja zwei ist ja dieser schwarze tee das wissen bestimmt schon alle dann könnt ihr sagen ike chai bitane accik olson lütfern das bin nämlich immer ich ich nehme mein tee ganz leicht und dann sage ich immer accik olson das heißt wie leichter tee eigentlich heißt ja accik offen ja also wie offener tee aber die leute wissen das hier wenn ihr schon mal die zahlen und so könnt dann könnt ihr schon mal viel besser bestellen ich habe das mal abfotografiert aus meinem buch das hänge ich euch hinten dran dann könnt ihr euch vielleicht schon zum kasten machen oder wenn ihr immer noch so pendler seid ja holt euch den den bekommt man in schreibwaren geschäften oder kann man bestellen oder so habt ihr es ein bisschen leichter ich denke mal viele von euch wie gesagt haben das geld nicht finanziell vielleicht nicht oder trauen sich auch nicht und spricht es immer wieder aus ach da ist letzt mal die lehrerin die hat uns so eine ganz tolle internetseite wo dann auch mit bildern beschrieben wird ja zum beispiel gebäude krankenhaus polizei was gibt es dann noch feuerwehr apotheke und 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 die sprechen das dann richtig gut aus und zeigen euch auch wie man es schreibt und da könnt ihr ja immer wieder auf pause machen und wie gesagt jetzt habe ich zwei wochen ferien zwei tage heute schon dienstag wieder vorbei und gestern war ich beim zahnarzt da hat der bk auch gefilmt ich wollte euch das noch ein bisschen erleichtern falls ihr lust habt und wenn ihr euch mehr davon wünscht ja dass ich auch dann mehr türkisch also euch auch die wörter beibringe zum beispiel bier ikki üt stört bäsch alter jede sickes dokus on das ist bis zehn dann kann man das machen dass du dann sagst oder ihr sagt katja gehen wir heute die zahlen mit uns durch die sind eigentlich voll einfach voll easy peasy ja die farben auch was ich dann immer so lustig finde im türkischen überall heißt banane 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 oder im türkischen heißt das muss finde ich doch finde ich toll also wie gesagt und dann hängt man die zahlen dann oder ich muss da ja immer so lachen da sind noch zum beispiel orange das orange oder oder fragte henker was und im türkischen heißt orange turuncu ok rengi heißt farbe also welche farbe zum beispiel also rengi wegen der schuhe das konnte ich mir dann leicht merken wenn ich mir schuhe geholt habe und bei brau ich bringe euch das mal nach und nach bei also erstens holt euch so also wir haben jetzt provisorisch das war von so einer alten brille oder so da habe ich mir dann die karten zurecht geschnitten aber das gibt es in deutschland und falls jemand lust hat mehr so karteikarten mitzubringen wenn ihr nach alanya kommt weil ich will ja weitermachen ja und ich bin erst bei june 2 die june 2 habe ich mal gerade karten ich glaube für zehn stück ich muss da ja jeden tag schnibbeln 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 macht es ihr bekommt das geld dann auch wieder aber schreibt mich dann bitte zuerst an nicht dass ich dann auf einmal 500 pakete karteikarten habe oder vielleicht sogar eine vernünftige leeren box also ich habe mir das jetzt hier richtig so aus richtig harten karton ja gemacht ich wünsche euch erst mal viel spaß dabei mittwoch bekomme ich zwei kronen also eine krone in zwei weg ihr hat alles gefilmt wie gebohrt wurde wie dieser 3d abdruck gemacht wurde und das werde ich dann auch alles reinstellen damit ihr das mal richtig sieht nicht nur bilder euch wünsche ich einen schönen tag bis denn ciao ciao und 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 Untertitelung des ZDF, 2020